Linke liegen falsch, wenn sie Staatsschulden nur für Schienen- und Solarpaneele begrüßen, für Lehrer und Rentner aber ablehnen. Warum das ein strategischer Fehler auf schiefer ökonomischer Grundlage ist, dranbleiben. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es nochmal um das Thema Staatsschulden. Über die Haltung von Konservativen und Wirtschaftsliberalen, von CDU und FDP zum Beispiel, habe ich hier schon häufig gesprochen. Die sehen Staatsschulden als Ausdruck schlechten Wirtschaftens, als Belastung für die künftigen Generationen, die es grundsätzlich zu vermeiden gilt. Wenn nicht gerade so eine Krise ist wie die Corona-Krise, dann ist es kurzfristig mal okay, aber im Grunde gilt, Schulden vermeiden, Schulden schnellstmöglich abbauen. Und innerhalb der finanziellen Grenzen leben, der Staat soll sich zurücknehmen und ein ausgeglichener Haushalt sei ein erstrebenswertes Ziel. Gut, soweit so bekannt die Position. In dem Video hier soll es aber darum gehen, wie stellen sich eigentlich Linke und Progressive in der Frage auf? Und wenn man sich das genau anguckt, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist das Ergebnis leider ernüchternd, denn dann stellt man fest, dass auch Sozialdemokraten, Grüne und Linke neoliberalen Mythen aufsitzen. Allerdings natürlich nicht mit böser Intention, sondern meistens ohne es zu wollen und vermutlich auch ohne es zu merken. Schaut man sich die Argumentation und die Position an, wird klar, gut, auch Linke finden Staatsschulden erstmal grundsätzlich nicht so dolle, wägen allerdings ein bisschen stärker ab, wofür es denn okay ist, Schulden zu machen, wofür es nicht okay ist. Und das Ergebnis dieser Abwägung ist dann meistens sowas wie, wenn wir nicht gerade in der Krise sind, ist es noch für einen anderen Grund okay, Schulden zu machen, nämlich für öffentliche Investitionen in Schulen, in Schienen, in Solarpanele, was auch immer. Die restlichen Ausgaben, die sogenannten Konsumausgaben für Personal in der Verwaltung, für Hartz IV, für Rente, für Forscher, für Lehrer, das solle doch bitte aus laufenden Steuereinnahmen finanziert werden. Denn, so die Auffassung, im Gegensatz zu Konsumausgaben können sich öffentliche Investitionen finanziell auch rentieren. Öffentliche Infrastruktur kann zum Beispiel Einnahmen generieren und sie schafft natürlich neue Vermögenswerte. Beispiel, wenn der Staat Geld ausgibt, um eine Schule zu bauen, hat er danach weniger Geld, aber immer an einer Schule. Und da diese Schule ja nicht nur von der Generation heute genutzt wird, sondern auch von den zukünftigen Generationen, ist es auch okay, so die Argumentation, dass man nicht nur die heutigen Steuerzahler zur Finanzierung heranzieht, sondern auch die zukünftigen. Dann kommt da meistens so eine Floskel raus wie, was langfristig wirkt, soll auch langfristig finanziert werden. Außerdem kommt dann häufig noch das Zinsargument. Die Zinsen sind ja gerade so niedrig, da sollte der Staat schnell zuschlagen, bevor die wieder steigen. Denn jetzt gerade rechnen sich zu den niedrigen Zinsen öffentliche Investitionen ja noch viel mehr. Und jedes gute Unternehmen würde das doch auch machen, oder? Während Konservative und Liberale den Staat immer mit einer schwäbischen Hausfrau vergleichen, mit einem Privathaushalt, tendieren Linke gerade jetzt in Niedrigzinszeiten dazu, den Staat zwar nicht mit einer schwäbischen Hausfrau zu vergleichen, ihn aber auch nicht als Staat zu sehen, sondern mit einem privaten Unternehmen zu vergleichen, das ja auch investieren würde, wenn es profitabel wäre. Wenn Linke dann noch ein bisschen Keynes Grundwissen auf der Schippe haben, fügen sie noch hinzu, öffentliche Investitionen kurbeln ja die Wirtschaft an. Das wiederum kurbelt auch private Investitionen an. Die Wirtschaft wächst dann und wird produktiver. Und deshalb führen öffentliche Investitionen vielleicht gar nicht dazu, dass der heiligste aller Indikatoren, die Schuldenquote, also der Schuldenstand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, zum BIP, vielleicht gar nicht wächst, obwohl man mehr Geld ausgibt. Wäre das nicht toll? Naja, so progressiv wird es auf den ersten Anschein klingen, so rückschrittlich und schädlich ist es eigentlich. Denn die Argumentationsweise ist im Kern neoliberal, sie zeugt vom falschen Verständnis von Staatsfinanzen, sie verstärkt konservatives Framing, spielt deshalb CDU und FDP total in die Hände. Warum das so ist, will ich jetzt mal nach und nach aufdröseln. Die Argumentation ist technisch schon schwach, weil sie impliziert, dass der Staat genau kontrolliert, wofür er die Gelder aus Steuereinnahmen und wofür er die Gelder aus dem Verkauf von Staatsanleihen, also dem Schuldenmachen, ausgibt. Als gäbe es irgendwie zwei Töpfe und für jeden der Töpfe gäbe es gewisse Ausgaben. Das ist allerdings so nicht korrekt, denn es wird alles von einem Konto bezahlt. Vereinfacht kann man sich den Prozess wie folgt vorstellen. Der Staat legt sein Steuersystem fest. Wie viel Einkommenssteuer, wie viel Mehrwertsteuer, wie viel Körperschaftssteuer und so weiter und so fort. Und diese Steuersätze wendet er im Laufe des Jahres an und zieht eben die Steuereinnahmen ein. Die fließen auf das Staatskonto. Gleichzeitig legt er am Anfang eines Jahres seine Ausgaben fest, den sogenannten Haushaltsplan, wofür will er wie viel ausgeben. Diese Ausgaben tätigt er im Verlauf des Jahres. Die Steuereinnahmen kommen auf das Konto, die Ausgaben fließen von dem Konto weg. Wenn er mal eine Ausgabe tätigen muss und da ist kein Geld auf dem Konto, kann er das überziehen, wie wir einfach unser Konto überziehen und in Dispo gehen. Oder er kann Staatsanleihen verkaufen und damit sein Konto auffüllen. Wenn der Staat Anleihen verkauft, beschafft er sich neues Geld. Über den Umweg der Banken, von der Europäischen Zentralbank, die es aus dem Nichts erzeugt. Dieses neue Geld kommt dann in den Wirtschaftskreislauf, wenn der Staat seine Ausgaben tätigt. Das heißt, ein Staat kann mehr Geld ausgeben, als er über Steuern einnimmt. Das ist finanziell dahingehend also nicht begrenzt. Mitnichten ist es so, dass der Staat zwei separate Sparschweine hat. Das eine Sparschweine, da werden nur die Konsumausgaben getätigt und da fließen die Steuereinnahmen drauf. Und das andere Schweine, da fließen die Erlöse aus dem Verkauf von Staatsanleihen drauf. Und da werden nur die Investitionen von getätigt. Das ist nicht der Fall. Diese strikte Trennung gibt es in der Realität gar nicht. Es ist alles ein Konto. Und ob der Staat jetzt sozusagen Steuereinnahmen oder die Erlöse aus Staatsanleihen ausgibt, kann man gar nicht so auseinanderhalten. Ob der Staat sich im Laufe des Jahres neu verschuldet, kommt erst am Jahresende raus. Da macht man die Abrechnung, Ausgaben minus Einnahmen und dann fällt da eine schwarze oder eine rote Zahl raus. Die Neuverschuldung hängt aber von vielen Faktoren ab. Faktoren, die man auch am Anfang eines Jahres gar nicht planen kann. Wenn etwa die Wirtschaft schlechter läuft als gedacht, dann nimmt der Staat weniger Steuern ein und muss vielleicht gleichzeitig mehr Ausgaben tätigen. Denn wenn mehr Leute arbeitslos sind, weil die Wirtschaft nicht läuft, muss er mehr Arbeitslosengeld zahlen. Das heißt, man kann am Anfang planen, was man will. Was am Ende rauskommt, hängt eben von Faktoren ab, die gar nicht so genau planbar sind. Und deswegen macht auch diese strikte Trennung zwischen Schulden für Investitionen ja und Schulden für Konsumausgaben nein gar keinen Sinn und passt auch gar nicht mit dieser Haushaltslogik zusammen. Zweitens, auch Konsumausgaben bringen Wachstum. Die Unterscheidung zwischen Investitionsausgaben und Konsumausgaben ist auch definitorisch schräg. Denn der Bau einer neuen Schule wäre eine Investition haushalterisch gesehen und mehr Lehrer anzustellen, wären höhere Konsumausgaben. Wenn man sich jetzt darauf festlegt, Schulden zu machen für Investitionen, aber nicht für Konsumausgaben, heißt das, man ist bereit, mehr Schulen zu bauen und man ist nicht bereit, mehr Lehrer anzustellen. Beides braucht es aber und natürlich wären auch mehr Lehrer gesamtgesellschaftlich total sinnvoll und wertvoll. Außerdem baut das linke Framing immer darauf, dass die Investitionen im Gegensatz zu den Konsumausgaben die Wirtschaft ankurbeln, die Wirtschaft produktiver machen, sich dadurch rechnen und auch ein geringeres Inflationsrisiko bergen. Aber wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist das nicht bei den Konsumausgaben auch so? Dazu ein kurzes Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, wir verdoppeln die Hartz-IV-Sätze und lassen sonst alles so, wie es ist. Wir führen keine neue Steuer ein, wir erhöhen keine andere Steuer, wir kürzen keine Ausgaben, alles bleibt, wie es ist. Mit anderen Worten, wir planen einfach Schulden für Arbeitslose. Gott, klingt schrecklich, oder? Was soll nur passieren? Was passiert, ist eigentlich schnell und easy erklärt. Die Arbeitslosen haben mehr Geld auf dem Konto und können höhere Ausgaben tätigen. Das werden sie auch machen, denn endlich kann man mal die Karre reparieren lassen oder sich eine neue Waschmaschine anschaffen, mal beim Friseur sich die Haare färben lassen oder dem Kind einen Kinobesuch ermöglichen. Das Kino, der Waschmaschinenhändler, der Waschmaschinenhersteller als auch der Friseur machen also mehr Absatz, verdienen mehr Geld. Um die gestiegene Nachfrage zu bedienen, muss der Friseur vielleicht einen extra Mitarbeiter einstellen und der Waschmaschinenhersteller muss vielleicht investieren, um mehr Waschmaschinen produzieren zu können und so weiter und so fort. Das heißt, in der gesamten Wirtschaft passiert was. Die gestiegene Nachfrage sorgt für private Investitionen und sorgt dafür, dass die Wirtschaft insgesamt besser läuft. Das heißt nochmal, auch staatliche Konsumausgaben kurbeln die Wirtschaft an, lösen private Investitionen aus, machen die Wirtschaft produktiver, steigern die Einkommen, steigern den Wohlstand, allen geht es besser. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn der Staat mehr Lehrer einstellt, Pfleger besser bezahlt oder mehr Feuerwehrmänner einstellt. Die penible Unterscheidung zwischen Konsum und Investition macht also auch mit Hinblick auf die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht immer wirklich Sinn. Natürlich muss ein Staat auch investieren und haben öffentliche Investitionen in manchen Bereichen einen anderen Charakter als Konsumausgaben. Aber diese strikte Einschränkung, Schulden für Konsum, nein, Schulden für Investitionen, ja, ist nicht immer ganz zu rechtfertigen. Man stellt sich das am besten so vor, die Schulden des Staates liegen auf unseren Bankkonten. Wenn der Staat Schulden macht, also mehr Geld über Ausgaben in die Privatwirtschaft hineingibt, als er über Steuern aus ihr herauszieht, dann macht er die Privatwirtschaft finanziell reicher. Weil in Summe nimmt die Privatwirtschaft über die staatlichen Ausgaben mehr Geld ein, als sie über Steuern wieder abgeben muss. Einfachste Buchhaltung. Jetzt Schulden für bessere Schulen, Schienen und Straßen zu machen, ist kein Kompromiss zwischen einer finanziellen Belastung der künftigen Generation und besserer Infrastruktur. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn das Gegenteil ist der Fall. Es ist kein Kompromiss, es ist eine Win-Win-Situation. Wenn wir jetzt Schulden für bessere Infrastruktur machen, haben wir nicht nur bessere Schulen, Straßen und Schienen, sondern die Privatwirtschaft hat auch mehr Kohle auf dem Konto. Und wenn sie mehr Kohle hat, kann sie auch mehr vererben. Das nützt also der künftigen Generation auch finanziell. Es ist also kein Win-Win, sondern ein Win-Win-Win. Progressive machen sich das Leben also schwerer, als es eigentlich sein müsste, wenn sie die Ausgangssituation schon als Kompromiss darstellen und framen. Das spielt dann Konservativen und Liberalen in die Hände und sorgt für wirklich faule Kompromisse. Faule Kompromisse, die man sich dann aber, so muss man es sagen, selbst eingebrockt hat. Aber höre ich euch jetzt fragen, muss ein Staat seine Schulden denn nicht bedienen? Was damit häufig gemeint ist, muss er seine Anleihen nicht bedienen? Natürlich muss er das, natürlich macht er das auch, völlig problemlos. Wenn eine Anleihe fertig wird und er hat Geld auf dem Konto, bezahlt er sie halt aus. Wenn kein Geld auf dem Konto ist, dann verkauft er neue Anleihen. Die kann er zu jeder Zeit verkaufen, an Banken, die besorgen sich Geld von der Zentralbank, die kann es aus dem Nichts erzeugen, an die Banken geben. Banken geben es weiter an den Staat, er bezahlt die Anleihe aus, alles kein Problem. Geld ist nicht knapp und ein Staat, ein souveräner Staat kann in eigener Währung nicht pleite gehen. Wichtig ist außerdem zu verstehen, der Staat ist eine eigene Institution und nicht nur die Summe seiner Steuerzahler. Wenn man das nicht versteht, geht man leicht den Neoliberalen auf den Leim. Zum Beispiel den Bund der Steuerzahler, die die Steueruhr aushängen haben. Da steht dann zu jeder Sekunde, wie viele Staatsschulden Deutschland hat und dann runtergerechnet noch auf die Köpfe, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Und da wird Propaganda gemacht, damit der Nachricht so viele Staatsschulden trägt, jeder von uns. Und dann, oh Schreck, ganz dramatisch, Belastung, wir haben die alle auf dem Rücken. Die gleiche Information kann man, wenn man aber Staatsfinanzen versteht, ganz anders interpretieren. Denn die Staatsschulden sind ja nur die eine Seite der Medaille, Schulden des einen sind die Vermögen eines anderen. Also kann man die gleiche Nachricht auch anders interpretieren, nämlich so viele neue Bankguthaben hat der Staat pro Kopf geschaffen, indem er neues Geld erzeugt hat. Das zeigt ganz klar, Schulden des Staates sind die Vermögen des Privatsektors und dann hat es eine ganz andere Nachricht und Botschaft leicht und ist tatsächlich auch viel näher an der Realität. Das, was der bunte Steuerzahler da macht, ist blanker Unfug. Viertens, der Staat ist kein Unternehmen. Ein Staat muss keine Profite erwirtschaften. Er kann Geld ausgeben, auch wenn davon nichts zurückkommt, denn ihm kann die eigene Währung niemals ausgehen. Heißt, ein Staat kann Arbeitslosen mehr zahlen, kann mehr Lehrer einstellen oder kann Pfleger besser bezahlen, auch wenn sich das nicht Euro für Euro in der Staatskasse rechnet. Einfach, weil es gut ist, weil es sinnvoll ist, weil es für die Gesellschaft einen Mehrwert hat, weil es uns dann besser geht, weil es mit anderen Worten dem Gemeinwohl dient. Für Unternehmen wäre das der Todesstoß, wenn sich das nicht rechnet. Für einen Staat gilt das nicht. Mehr Lehrer anzustellen wäre gut für unsere Gesellschaft, wäre gut für unsere Kinder. Wenn es qualifizierte Leute gibt, die eben als Lehrer arbeiten wollten, dann sollte der Staat seine eigene Währung nutzen, um diese auch anzustellen. Arbeitslose Lehrer sind eine absolute Verschwendung von Ressourcen und das gilt natürlich auch für jegliche andere Berufe, die gefragt sind. Der Staat kann seine eigene Währung nutzen, um all die Ressourcen, die wir haben, die Lehrer, die Pfleger, die Feuerwehrmänner, die Handwerker einzustellen, in Beschäftigung zu bringen, damit sie Güter und Dienstleistungen für die Gesellschaft produzieren und es uns allen besser geht. Und ja, mehr Lehrer einzustellen und Pfleger besser zu bezahlen, heißt vielleicht Schulden machen und ja, oh Gott, es heißt vielleicht Schulden machen für Konsumausgaben. Aber es ist doch jedem ersichtlich, dass das gut für die Gesellschaft ist, dass es dem Gemeinwohl dient und eben danach auch noch Wirtschaft ankurbelt und so weiter und so fort. Im Grundsatz würde ich als Ökonom also sagen, der Staat soll so viel Geld ausgeben, wie eben nötig ist, um unsere Ressourcen bestmöglich einzusetzen, aber ohne Inflation zu erzeugen. Heißt runtergebrochen, Vollbeschäftigung und Preisstabilität. Dazu kommen freilich noch soziale oder ökologische Ziele, kann man alles machen, alles schön und gut. Wie hoch die Staatsschulden dann sind oder das jährliche Staatsdefizit ist zweitrangig. Das ist nicht der relevante Indikator. Es geht nicht um die Defizite in der staatlichen Buchhaltung. Es geht vielmehr um die Defizite in unserer Infrastruktur, in unserer Gesellschaft, in der realen Wirtschaft. Fünftens, Linke schießen ein strategisches Eigentor. Ein Blick in den Bundeshaushalt offenbart, warum es so unstrategisch ist, wenn Linke sich auf Bundesebene nur dafür einsetzen, mehr Schulden für Investitionen zu machen, aber nicht mehr Schulden für Konsumausgaben. Denn Investitionen machen gerade mal 11% des Bundeshaushaltes aus. 89% sind Konsumausgaben. Das heißt, selbst wenn man mit dieser Forderung durchkäme, was eine steile Prämisse ist, würde man nach dem kleinen Hebel greifen und nicht nach dem großen. Denn ein paar Prozent mehr Konsumausgaben würden natürlich viel, viel mehr bedeuten und eine viel größere Wirkung haben, als ein paar Prozent mehr Investitionsausgaben. Um nicht missverstanden zu werden, das hier ist kein Plädoyer gegen öffentliche Investitionen. Im Gegenteil, wir brauchen eine Investitionsoffensive, um den ökologischen Umbau zu wuppen, um moderne Infrastruktur zu haben, um Digitalisierung zu schaffen. Und jede Investition, die man von der Rampe geschoben bekommt, ist eine gute. Mein Punkt ist vielmehr, dass man mit der Position, Schulden für Konsum, nein, Schulden für Investitionen, ja, sich zu stark verengt. Und gleich den faulen Kompromiss in der eigenen Forderung schon mitdenkt und internalisiert, dass das ein Eigentor ist, ein strategisches, weil es konservative Framings stärkt, weil es CDU und FDP argumentativ in die Karten spielt. Deswegen hoffe ich, dass ich mit dem Video dazu angeregt habe, die Argumentation zu überdenken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst, gerne auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft kein Video zu verpassen. Außerdem noch der Hinweis auf den Geld für die Welt Newsletter, wo wöchentlich exklusive Texte und Analysen kommen. Checkt das mal aus und in diesem Sinne, bleibt gesund in diesen schrägen Zeiten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.